einen wunderschönen guten tag mein name ist eigenregie willkommen auf diesem kanal wir werden heute etwas ganz besonderes machen pokémon booster unboxing trend ist wenn wir natürlich auf diesen content aufsteigen aber nicht pokémon sondern was ich eher bevorzuge yu-gi-oh booster packs öffnen und zwar habe ich hier booster packs von dem jahrgang 2009 bis 2017 und die werden wir jetzt einfach öffnen schön geschmeidig rein da so fangen wir an mit fangen wir an mit 4 packs the new challenges aus den jahren 2014 2014 man kann der kamera sehen das hier habe ich hier liegen um ungefähr zu wissen wo die mitte ist weil ich mache das hier gerade ein bisschen tricky über die handy kamera ich hoffe ich kriege das alles nachher im stück zusammen ich war gespannt ich meine das waren 3k wechsel also war zumindest was bei den neueren packs so und mal gucken wie es wird muss dazu sagen das ist nicht die first edition aber die englische version für den karten und haben wir zum ersten mal in zehn utali als erste karte in diesem pack in den opening ein kleines rädchen lindblumen sieht auch cool aus fluff hallo niedlich super heavy samurai kaputu so sagen ich kenne die ganzen karten weil ich also ich meine yu-gi-oh zeit war die anfangs video zeit die ersten zwei drei jahre ok da haben wir schon mal komment nicht mehr kann sondern der karte vorauss towers ok 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 nicht schlecht was war letzte karte wunderbar und es war vier karten unternehmer nicht nicht schlecht direkt ein typ würde ich sagen ist auf jeden fall mit diesem equipment hier sehr sehr verkabelung hier ich habe jetzt genau zwischen meinen beiden nur stange also für die kamer für die meine zeit war das nicht also es ist nicht ich weiß jetzt nicht warum das hier so schon bei anderen karten gesehen dass das hier so eine andere farbe hat wie hier oben zum beispiel das sind die speziellen monster karten wo ich ehrlich gesagt nicht viel mit anfangen kann das finde ich mir auch schade dass sich die die spielart durchgängig immer ändert so man überlegt damals waren sehr normale monster karten immer wieder hatte man mal eine effekt monster karte wie zum beispiel diese hier und den neuen packs also die nachgekommen sind da war teilweise nur noch diese hier oder eigentlich nur noch diese kann und dann hat man sogar irgendwelche monster karten die wie diese hier sind mit ihnen spezial attacken oder attacken sei schon mit spezial effekten und dann habe ich noch so karten gehabt die sahen ganz anders aus die hierzu jetzt vielleicht hier sowas zum beispiel keine ahnung was das sein soll warum die so komisch weiß ist oder so das ist etwas was mich ein bisschen persönlich nervt aber das coole ist ja eine ganze geschichte es gibt ja was neues von juli oder was relativ neues sag ich mal das ist dieses speed duel da geht es mir aus dem booster pack gekauft sind relativ klein also nicht nicht so groß wie ich dachte oder sind irgendwie karten drin von ganz früher neu aufgesetzt sag ich mal das habe mir gefallen die spiel hat es genauso wie früher irgendwie mit einer phase weniger aber ich glaube da mache ich noch mal ein extra video von aber das hat mich wirklich interessiert bei juli dieser art der spielmechanik Spielmechanik. Dann kommen wir zum nächsten natürlich, ne? Was muss ich sagen, dass Yu-Gi-Oh! Karten sich immer richtig geil aussehen, vom Artwork her, wie die Leute heutzutage sagen. So, also gerade hatten wir eine Karte noch hinten, da müssen wir also vier Karten. Right? Gerade hatten wir drei, da haben wir noch eine dahinter, also vier. So, dann haben wir einmal den Shadowhund. Was soll das sein? Der Roboterhund? Okay. Watchdog. Laser. Nimm es noch. Fenrisward. Ich lege es mal zur Seite. Super Heavy Samurai. Aber die Seele. Oracle of Harald. Ja, ja. Jetzt kommt die letzte Karte. Rare Karte. Oasis of Dragonsoul. Tun wir die gleich mal hier hin. Oop. Was natürlich auch leider ist, dass die Yu-Gi-Oh! Karten natürlich nicht so einen krassen Wert haben, wie die Pokémon Karten. Ich glaube, es hängt viel damit zusammen, dass es halt diese, auf diese verschiedenen Spielmechaniken gibt, die es glaube ich bei Pokémon so nicht gibt. Und durch die verschiedenen Spielmechaniken gibt es natürlich auch tausend verschiedene Karten. Das zerstört natürlich ein bisschen so die Art von Wert. Ich habe auch noch ganz alte Karten von früher. Das schwarzer glänzende Ritual, die Karte. Erste Auflage. Die sind auch von ganz früher. Die sind wirklich 20 Jahre alt. Und wo habe ich auch noch die glänzende Ritual. Hier habe ich auch noch die richtig coolen Karten, wie den dunklen Magier in verschiedenen Versionen. Und dann den Blue-Eyes-White-Dragon in verschiedenen Versionen. Auch erster Auflage glaube ich auch. Oh, da habe ich fast den Zaubertrick vergessen, wa? 4 Karten. 4 Karten. Super Karten-Trick. So. Ey. Okay, was ist das? Wieso ist die jetzt, wieso ist die jetzt vorne? Ist das... Wow, okay. Die sieht ja krass aus. Ist das eine... Secret Rare? Okay. Wieso funktioniert der Karten? Hat der Karten-Trick da richtig reingeschissen? Okay, direkt eintüten. Wuppwuppwupp. Ob ich den Holder... Oh, die sind auch so teuer geworden, ne? Top-Loader. Gefühlt. Ich meine, ich hätte... Ich meine, ich hätte damals... Anfang des Jahres für eine Packung Top-Holder 18 Euro zahlen. Die waren jetzt bei fast 30 Euro. Ey, mal gucken. Boah, die sieht auch krass aus, Alter. Die... Das funkelt auch so richtig. Ich weiß ja, was auf der Kamera... Jo, das ist immer richtig. Wie geil. Ey, direkt mal... Äh... 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 Wie der Wert ungefähr jetzt ist. Da, 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 da... Ja. Ja. Äh... Okay. Die Seite ist irgendwie gerade down. Und das Internet ist weg. Eins von beiden. Aber ich glaube, die Seite war ein bisschen überreizt. So, was habe ich jetzt gesagt? 2014... 2014 November. November. Äh... The New Challengers. Was? Ja, aber es doch... Boah, die Seite ist gerade, glaube ich, ziemlich warrand, weil es ist... Es ist gerade wo ein bisschen Star, wo ein bisschen die Seite aufmacht. Was? So, da, was? Karten. Was ist die Nummer? 48. 50. Äh... Ähm... Bababaradadada... Joa, wie lange das dauert. So, haben wir. das kann ich alles nachher schneiden noch kein reich mal hohen wert zu sagen zwischen 3 euro bis 5 euro aber das ist ja noch ein relativ frisches pack zu vielen anderen karten das sieht auf jeden fall cool aus hat was ja mal weitermachen bevor wir das vergessen hier sind die wunderballons wieder von vorhin die wir gerade schon hatten das aber wieso hat das jetzt eigentlich nicht funktioniert wir haben doch diesmal eine karte mehr genommen treu wenn so halb englisch halb spanisch er wieder so viel leo den hatten wir auch gerade schon das besondere karten dass sie alle heißen und noch eine karte da ist das überhaupt es gibt so viel jetzt ne es gibt super karte 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 online nicht das so kommen wir schon vier stück geöffnet acht drei stück also da machen wir jetzt nur drei aber einmal drachen grab stein geist wir auch schon der kommt auch um jeden pack vorne jetzt kurz letzte karte der formal ach jetzt weiß ich warum warum wir gerade verkackt haben beim 1 man muss wohl drei karten nehmen für den super special zaubertrick und hinter dieser karte hinter einer karte hinter einer karte kann hat diese karte kommen kommen karte deswegen waren wir verwirrt ja ich habe doch dann haben wir ich habe am anfang des videos 150 euro ich bin ja gar nicht mehr schon aufgemacht die booster 120 euro sind die knapp pferd was den beiden buchstern die rausgeholt die ist geil die sieht wirklich geil aus ich weiß nicht was ist das das ist so viel das so viel glitzer drin natürlich auch alles komplett neu ich erkenne gar nicht was das mit dem kopf ist ist das eine frau ist das ein Mann krass super so gibt dann machen wir die schon mal auf 0 dann wir sagen was auch krass ist es gibt verschiedene karten karten kartenform äh verpackungsform also eine sind irgendwie vor viele karten drin in dem anderen gar nichts äh so dann was sind von 2014 battle pack 3 monster league die sind zum beispiel wieder richtig dünn also nehme ich nur wahrscheinlich nur drei karten drin oder sowas aber dafür first edition und die haben verschiedene motive gehabt oder haben wir verschiedene motive die 5 karte drauf wenn wir überlesen können das klaren vorteile aber ich muss sagen die sind auch relativ relativ günstig zu haben im karten shop also die haben pro pack jetzt 2,50 gekostet und die challenger die wir gerade noch mal haben pro pack knapp 4 euro gekostet also da von den karten verkaufen wir nicht die her so bei 5 karten weiß ich gar nicht ich drehe aber um ja da haben wir einmal die mystical beast jetzt es gibt auf jeden fall schon hinten rum ich habe schon leider ein bisschen glitzern gesehen aber jetzt hier haben wir einmal eine rare karte kokai maru sandmann hat das achten was ist das denn für eine glitzerkarte das glaube ich einfach nur eine special karte ne unstable evolution die karte ist ja geil Affe Affe Alien die common karte ist ja richtig geil aber das ist glaube ich einfach nur eine normale common karte die so manche common karten haben wahrscheinlich so eine extra wie hat man sowas super common karte oder was ja schön 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 trotzdem beides mal einfolieren einfolieren na hier meine karte ich sitze hier auch echt wenn man das sehen wir auf halb acht das ist irgendwie cool dahin zum nächsten das war jetzt 2014 sieben jahre alt muss man sagen dass sie mir aber haben diese karten gewartet rauszukommen hyper hammer jet ja gerade auf der green light die karte blick das englisch für das schon die spezialkarte habe ich immer das gibt es schon über 20 jahre es gibt so viele verschiedene sets so viele verschiedene karten oder von manchen karten ist ja dass das bild überarbeitet worden wer kommt da alles so drauf auf solche karten wer denkt sich das alles aus ich finde es krass was man dafür eine kreativität haben muss für so was machen wir als nächstes dragon unleashed ist auch so eine 5er karten packung äh dragon unleashed ist sogar noch sehr jung fünf jahre alt aber so teuer gewesen hat mich pro packung fünf euro gekostet what the fuck auch first edition warum sind die denn so teuer gewesen wieso ist das die packung so teuer und die andere die zwei jahre älter ist so aber wir lernen natürlich raus oha die ist geknickt also nicht geknickt sondern sehr so eine wölbung das habe ich noch nicht gesehen weil die ganzen karten so machen wir eine nach hinten ach nein ach du scheiße ach ich glaube ich mache jetzt immer so einfach die verkackten karten trägt immer das wird ja immer so eine so eine special karte ach oder was denn warte mal ach ne das sind alles solche special karten was ist das denn hä was ne karte die sind ja einfach alle so super ultra holos ich hatte schon mal so hä ich hab gestern was das war von auch was warum sind die alle so ich hab gestern was von auch ein paar karten gezogen ich muss mal gucken ich hab mich jetzt so gefreut dass hier so krass ist aber die sind einfach alle so das schick ich nicht machen wir mal den anderen stapel auf und dann gucken wir gleich mal ob das alles so sein kann wie es sein kann warum sind das so schwarze karten das ist auch schon wieder komplettes neue spielmechanik ne krass aus warum sind die so was bringt das den yu-ji-ho entwicklern also für die karten das hat der ganze flair weg das sind halt alles wie so jungen und die sieht ja auch geil aus das ist einfach so richtige das sind ja nur super rare secret bear edition dinger warum haben die irgendwie einen speziellen wert ich glaube wenn ich weil das wird sind ich gehen aber warum war das pack dann so teuer habe ich es gesagt von 2016 august irgendwie dauert so richtig lange auf der seite momentan 2016 august 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 dragon of legend unleashed aber die sind alle unter rare secret rares durchgehend weißt du was ist denn das wie komische booster absteigen preis abstrengt aber die hier ist oder hier ist was wert die ist eine eine von den wertvollen karten die nummer 22 ok den ist auf jeden fall was wert hab ich ja schon mal gut behandeln ne was ist die andere schwarze karte gucken was war das die zweite ist auf jeden fall eine eine secret rare karte das ist die 25 aber warum alle sammlerlummer aufsteigen Das sind ja nicht so viele Karten. 65, 62, die 19, die 15, die 17, die 71, die 54, die 33 kommt hier hin. Gucken wir einfach mal der Reihe nach. Siehst du die wertvollste von allen? Können wir gleich schon mal eintüten, wenn wir fertig sind. Gucken wir mal nach, die 15. Das ist die hier. Ja, kann man mal mitnehmen. Dann haben wir die 17. Die ist eigentlich auch relativ. Retten over. Eintüten. Ich glaube, iTunes tue diese alle irgendwie. iTunes tue diese alle waren in Top Lauder kommen nicht alle. So viel habe ich hier gar nicht. Keine wissen, dass es einfach so ein komisches Booster gibt, wo irgendwie 10.000, nicht so viel. 10.000 Karten super rare sind. Der ist noch nicht so viel. 33. 33. Auch mal hier hin. Dann haben wir die 54. Das ist sehr weit unten. Dann haben wir die 65. Auch nicht viel mehr wert. Auch nicht viel mehr wert. Und die 71 kommt zum Schluss. Auch nicht viel wert. Ja. Würden wir sagen. Kommt auf jeden Fall. Er hier numero uno. Oder eher gesagt numero 24. Das sieht man sich. Inne. Aber. Die Karte hat ein kleines Problem. Ich weiß nicht ob man das sieht. Ist. So eine Knickung. So eine Welbung. Das ist natürlich vieler Schütze. Vielleicht. Oh. Das ist natürlich nicht so pralle. Komische Packungen. Komische Packungen. Sieht auf jeden Fall cool aus. So. Und dann tüten wir die auch mal ein. So. Alle einfussiert. Einfussiert. Einfoliert. Dann. Also. Dann werden wir das gemacht.